Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf dem Kanal des Laser King. Wir spielen heute Emergency 20 bzw. Emergency 5 in der Lüdenscheid-Modifikation auf der Schwierigkeitsstufe Auszubildender mit der Atemschlusslogik deaktiviert auf der Karte Linsing. Wir befinden uns hier wie immer vor der Hauptbache Linsing und drücken jetzt mal auf Neuen Einsatz generieren. So, wir haben hier eine BMA ausgelöst, gehen hier gleich mal auf die Stichworte, muss jetzt mal gucken, ob wir eine BMA haben. Schicken wir ein HLF hin, hier eine DLK und nochmal ein LF. Genau, ich glaube die kommen von der Wache 1, genau, von der Hauptwache 1, genau. So, schauen wir mal, wie sich das hier entwickelt. Ist das die BMA von der Toilette oder von der Kirche? Ich weiß gar nicht. Müssen wir mal gucken. Warten jetzt immer auf die Kräfte. Genau, wir befinden uns hier unten. So. Da kommt auch schon das erste Fahrzeug. Von da rückt keiner aus. Ah, die rücken hier aus. Okay. Das ist auch cool gemacht mit dem Feuerwehr-Ausfahrt-Schnitt hier. Das ist sehr cool. Muss ich sagen. Und dann schauen wir mal, was uns hier auch letztendlich erwartet. Da kommen schon die ersten Kräfte. Und ins Eck gefahren. Und dann. So, der Einsatzleiter kann hier mal schauen. Ja gut, das war's. Dann können hier wieder alle abrücken. War ein Fehlerlarm. Passt. Dann dürfen wir alle wieder nach Hause. Dann, der nächste Einsatz. Ein Krankentransport. Den schicken wir mal am besten hier hin. Ist das direkt vorm... Vorm Krankenhaus, oder? Wo rückt der aus? Ist das ein Elfer? Einer von den Elfern? Nee. Ist der denn hier oben irgendwo? Ist das 13er? Ist das nur Rettungs... Nee. Von denen hier. Das ist Notaufnahme. Da ist kein Krankenwagen, glaube ich, integriert. Nee. Ah, der fährt hier. Ah, stimmt. Die fahren ja auch nicht so ein Signal. Ich möchte den aber bitte mit... Egal. Wir machen den mit. Das geht mir jetzt hier ein bisschen schneller dann. Passt. Dann ist der auch schneller da. TH2 Personenrettung. TH2 Personenrettung. Haben wir das hier als Stichwort? Nee, haben wir nicht. Wir schauen jetzt einfach mal. 2H-11, 2LF. Ein... Oder 2RTW-NF. Polizei vielleicht noch. Genau, das sollte erst einmal... Der Rest, glaube ich, ist ganz gut auf der Straße zu haben. Und... Dann schauen wir da, dass wir die mal schön platzieren. Passt. So. Dann sollte jetzt unser RTW gleich da sein. Das hört sich gut an. Dann ist der angekommen. Warte mal. Der wieder einsteigen, bitte. Und einmal hier hinfahren. Und zwar... Ich denke ganz gerne hier. Vielleicht ist das ein bisschen näher dann. Genau. So. Dann einmal die Trage holen. Ist der ein Einzelner, oder? Ja. Da hockt nur einer. Gut. Dann... Passt es. Kann ich denn jetzt nicht auswählen? Okay, er läuft den ganzen noch den Weg. Entspannt. Sag mir nicht, er läuft jetzt bis hier hinten hin irgendwo. Oder läuft er hier rein? Das wäre bitte sehr gut. Weil ich... Er muss ja fast hier rein. Macht er das? Ja. Sieht gut aus. Perfekt. Dann holt er den einmal. Passt. Ist da schon jemand angekommen? Ja, das sieht doch schon mal gut aus. Hier braucht man eine Hilfe. Aber da müssen wir erstmal die Person befreien. Ich überlege jetzt nur gerade, wie. Vielleicht da mal... Ah. Der Polizei mal... Ihn befragen, ob der was weiß. Einmal zack, zapparab. Und ihn befragen. Dann darf der Notarzt einmal hierher kommen. Hallo, kannst du das jetzt mal wegtun? Gut, die reden schon mit dem. Das passt. Okay, dann darf der einmal fahren. Passt. Machen wir hier noch ein schönes Foto. Und zwar... Vielleicht irgendwie, wenn alles blaulicht so ein bisschen anhaben. So ist es doch gut. Hätte ich gerne auch eine andere Kamera. Konnte man das nicht irgendwie mal ausblenden? Ich dachte, das konnte man mal irgendwo. Ah ne, das wollte ich jetzt nicht. Ja, egal. Dann machen wir das so. Einmal ein Screenshot. Zack. Oder wenn man das so... Das ist vielleicht besser. Dann haben wir da mal ein Screenshot gemacht. Machen wir weiter. So. Der kommt jetzt auch noch. Wird jetzt aber gar nicht mehr gebraucht wahrscheinlich. Können das Opfer jetzt hier einmal behandeln. Einmal untersuchen hier, was da vorgefallen ist. Er liefert ihn schon ab. Das ist gut. Passt. Also war da auch soweit. Das ist gut. Und dann wird hier untersucht. Das sollte auch passen. Und dann darf die Polizei einmal abrücken. Und hier Notarzt. Er. 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 Und er. Super. Dann haben wir hier nämlich schon mal ein bisschen mehr Platz. So. So. Einen Erdweg können wir wegschicken. Und zwar möchte ich einfach nur den aufnehmen. Notarzt kann er auch. Abhauen. Und dann hätten wir das. Elef verlässt die Einsatzstelle auch wieder. Okay. Dann sieht es doch schon mal ganz in Ordnung aus. Ganz. Perfekt. So. Der steht da auf. Der steht eigentlich auf 7 noch. Was ist der glaube ich? Mal gucken was. Was ist der? Der hat ja auch nicht auf 4. Dann dürft ihr den aufnehmen. Und einmal hier auf Wiedersehen. Dann setzen wir auf 7. Wenn ihr mehr von diesem Spiel sehen wollt. Dann abonniert den Kanal und gebt dem Video einen Daumen nach oben. Ich hoffe auf jeden Fall es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dann freue ich mich über weitere Zuschauende von euch. Abonniert gerne mal den Kanal, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann wünsche ich euch noch ein wunderschönes Wochenende. Macht's gut. Und schaut auf jeden Fall auch mal auf meinem zweiten Kanal vorbei. Foto Adventures. Da kommen immer mal wieder Bilder von verschiedenen Sachen. Von Pflanzen, von Zügen, von sonst was online. Die einfach gut aussehen. Mit der Kamera gemacht. Könnt ihr gerne mal drüber schauen. Auch ein Abo da lassen. Und dann wünsche ich euch noch ein wunderschönes Video. Einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Macht's gut. Bis dann. Geht auf meinen Discord-Server. Joinen. Bis dann. Euer Laser King. Ciao.